Moin Leute, Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja und wir zocken heute, Garrys Mode RP auf Modern Roleplay. Das ist die Fortsetzung von dem letzten Teil, wo wir als Dieb gespielt haben. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Dann sage ich doch, das war der SWAT-Wagen. Ach cool. Ja egal, mach weiter. Ja okay, mach weiter. Schlüsseldienst. Schlüsseldienst. Oh cool. Oh hier ist mein Auto. Ne, warte mal, ne das ist nicht, das ist Teil der Map. Schade. Hast du Creeper Cracker? Ich mach mal das Tor zu. Da steht blockiert. 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 Kann man hier irgendwie durch, ne. Wir müssen durch der anderen Seite. I guess, oder? Ja dann lass mal. Hier. Ja. Warte, hast du was zum Placen? Ich würde nicht den Keeper Cracker nehmen. Ich hab den Bixer nicht mehr mehr, ich hab den nicht mehr, der Bixer hat den. Dann können wir auch gleich hier sowas Placen hier hoch. Ja dann lass das machen. Kann man mit einer normalen Leiter so hoch, oder? Ne, ich glaub nicht, ne. Probier einfach mal. Ob man da irgendwie hochsteppen kann. Ne, ich bin ein bisschen zu hoch. Ja, 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 perfekt. Lol. Was gibt's denn ja alles? Ähm. Äh. Meins. Meins. Lass mal die Gate-Drucker laufen lassen, damit die explodieren. Und jetzt alle Mods entfernen. Warte, 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 warte. Lass mir die rechten zwei übrig. Was? Lass mir die rechten zwei übrig. Ach so, ja. Hier ist jemand, hier ist jemand. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Ähm. Ja. Ich hab'n Solar. Moin. Was geht's? Hier ist kein Aues. Hier ist kein Aues. Warum nimmt sie mich fest? Hier ist kein Aues. Worm nehmen sie mich fest? Hier ist kein Aues. Ey, aber wer ist das? Haben wir die 22k geholt? Geil, das war ein geiler Fortschritt. Herr Polizist, Herr Polizist. Ich weiß, wo MEF-Köche sind. Okay, okay, cooler Polizist, Mann. Jünger, Taser hat dich gleich. Rennen, renn, renn, renn. Wie weit ist der Taser von dem? Lassen Sie mich frei, dann bezahle ich das Strafgeld. Können Sie sich auch zu befreien, dass Sie wir inhaftieren? Oh. Das war er. So, also, wenn Sie mit dem Schrauben bezahlen, dann werden Sie inhaftiert. Zum Level-Testing kann ich nichts bezahlen. Herr Overson, mögen Sie Käsekuchen? Sie müssen uns frei. Sie müssen uns frei, lass mal bitte. Sie müssen uns frei. Viertausend, okay. Hallo, mit Nachnamen bitte ansprechen. Ich bin der Herr Kühl. Vielen Dank. Oh. Ich bin gefestet, ich kann nicht unterscheiden. Doch, doch, da kann. Nein, Leon, bezahl das. Bezahl das, Leon. Habe ich schon. Habe ich schon, aber er wird jetzt sehen, was er davon hat. Okay, alles klar, ist er. Oh, ich, äh. Ich hab' gesucht mit dem Körper verletzt. Oh, ich hab' gesucht mit dem Körper verletzt. Ach, Jogi. Ach, Jogi. Jogi, was machst du denn? Der arme Kapp. Oh, nein. S-E-K-S-E-K-S-E-K-S-E-K-S-E-K. Ich hab' keine Ahnung, was hast du für Waffen? Ey, auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen? Herr Officer, ich hab' nicht geschossen. Ich bin unbewaffnet. Ich bin unbewaffnet. Ich bin unbewaffnet. Ich hab' nicht geschossen. Ich hab' nicht geschossen. Alles Gute, Herr Officer. Was ist dein Problem? Warum nimmt sie mich einfach fest? Ja. Warum nimmt sie mich einfach fest? Mit welcher Begründung? Hallo. Rüde doch, oder hast du keinen Mund, Alter? Hallo Herr Officer. Warum nehmen sie mich fest? Warum nehmen sie mich fest? Mit welcher Begründung? Ne, Yasin, ne? Ach, Junge. Der Wooden programming im discoverer今回. Der ist dr4, wenn du vorst. Er bleibtrentig,�medi figur want. lässt sich einfach rein aus,